Moin liebe Teens, ich freue mich euch zu sehen. Ihr werdet nicht glauben wo ich gerade bin. Ich bin hier in Sirksdorf an der wunderschönen Ostsee und weil die Sonnenverhältnisse nicht anders sind, kann ich jetzt leider nicht den Blick auf das Meer, aber den Blick hier auf den Strand euch zeigen. Heute ist Vatertag, da nehme ich nämlich schon das Video für die Hour of Power auf und normalerweise wisst ihr, dass wir uns gerade das Markus Evangelium anschauen und eigentlich wäre heute Markus Kapitel 8 dran. Aber heute machen wir ein kleines Special und zwar möchte ich heute mit euch über das Thema Vaterschaft sprechen. Wie soll es auch anders sein? Heute ist Vatertag, also sprechen wir über den Vatertag. Väter, so wie wir das auch in Epheser Kapitel 3 lesen, dort lesen wir, dass Paulus total berührt ist und verstanden hat, dass jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden von Gott ins Leben gerufen wurde. Jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden ist von Gott ins Leben gerufen worden. Das heißt, dein Vater, dein irdischer Vater, dort wo Menschen sich in dich investieren, das ist übrigens auch Vaterschaft. Überall dort, wo wir Vaterschaft erleben, ist der Ursprungsgedanke, der Gedanke Gottes gewesen. Natürlich ist es so, dass es auch schlechte Väter gibt. Da liefert uns die Bibel auch einige Beispiele, wo wir sehen, wo Männer auch ihre Vaterschaft nicht so gut gelebt haben. Und ich weiß nicht, wie gerade deine aktuelle Situation aussieht, ob du gerade irgendwie auf Kriegsfuß mit deinem Vater bist und denkst so, oh Mann, der nervt mich. Ich würde gern schon so viel mehr irgendwie erlaubt bekommen und dann kriegst du sozusagen die rote Karte gezeigt und für dich ist das vielleicht sogar ein No-Go. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du einfach so diesen Fokus mal auf das Gute richtest. Denn gute Vaterschaft zeichnet sich dadurch aus, dass Väter nicht deinen aktuellen Stand sehen, sondern dass sie dich selbst zu einer guten Mutter oder zu einem guten Vater, zu einem selbstständigen Jugendlichen und Erwachsenen heranziehen möchten. Und da gibt's manchmal, ich spreche da auch als Vater von zwei Söhnen, ja, da gibt es manchmal Aspekte, die man so gar nicht im Blick hat. Ja, und was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man als Sohn oder als Tochter seinen Eltern und auch seinem Vater so eine Grundbasis an Vertrauen entgegenbringt. Und die brauchen wir übrigens auch gegenüber Gott. Und unserem himmlischen Papa. So ein Grundvertrauen. Und ihr kennt das, wir schauen uns immer so die ursprüngliche Absicht Gottes an. Das ist jetzt sozusagen ein kurzes Rehearsal für euch. Wir haben uns angeschaut in der ursprünglichen Absicht, dass Gott ein vollkommen guter Vater ist. Und als er dich geschaffen hat, hat er dich nicht verweist, alleine zurückgelassen, sondern er hat seinen Geist, also von sich etwas genommen und in dich hineingelegt. Und als er dich betrachtet hat, kam er zu einem Urteil. Und das ist doch, was wir jedes Mal erleben, dass auch dein Vater oder die Väter, die du hier auf Erden erlebst, ist, dass sie ein Urteil über dich sprechen. Aber Gottes Urteil war sehr gut. Und dadurch steigt natürlich auch so ein Grundvertrauen, was wir so haben. Und ich möchte dich so ermutigen, dass du heute mal darüber nachdenkst. Wir haben ja schon verstanden, where the focus goes, the energy flows. Also worauf du dich fokussierst, da fließt all deine Energie hin. Und das, was wir fokussieren, das vergrößert sich in unserem Leben. Das heißt, wenn du gerade so Stress mit deinen Eltern hast und denkst so, boah, ihr geht mir so auf den Piep. Das darf man hier ja nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine, Teens. Dann habt den Mut, mal nicht darauf zu fokussieren und darauf dein Herz auszurichten und deine Gedanken, sondern richte dich doch heute mal darauf aus, wofür du dankbar sein kannst. Dankbar, und dann machen wir ein Hashtag raus, Hashtag Dankbarkeit. Wofür bist du deinem Vater dankbar? Und das wäre dann auch gleich die Challenge für diese Woche, dass du einmal überlegst, was sind zwei, drei Dinge, wofür ich dankbar sein kann. Wenn ich zum Beispiel über meinen Vater nachdenke, dann bin ich total dankbar dafür, dass er mich herausgefordert hat. Damals, ich erinnere mich noch, hat er gesagt, Matthias, ich glaube, du kannst gut vor Menschen sprechen. Du kannst gute Vorträge halten. Und ich so, nee, Papa, das ist wirklich nicht, worauf ich Lust habe, wo ich glaube, das kann ich wirklich. Aber er hat mich herausgefordert und hat gesagt, ich sehe dieses Potenzial in dir, versuche es mal. Und es gab immer wieder mal so Momente, gerade in meiner Anfangszeit, wo ich einfach aufgeben wollte, wo ich gesagt habe, nee, ich glaube, das kann ich nicht. Weil es Menschen gab, die meine Art, wie ich vor Menschen gesprochen habe, einfach nicht toll fanden. Sie fanden manches zu direkt, manches haben sie gesagt, nee, so kann man das einfach nicht sagen. Ich selbst heute, aber müsst ihr vor euch behalten, selbst heute höre ich noch, also das hättest du so nicht sagen dürfen. Und also deine Ausdrucksweise solltest du wirklich mal überdenken, Matthias. Ja, ja, genau. Aber wofür ich mein Vater dankbar bin, ist, dass er an mich geglaubt hat und weil er an mich geglaubt hat, mir eine Chance gegeben hat, meinen Traum zu leben, nämlich Pastor zu werden. Und wofür bist du dankbar? Schreibe doch drei Dinge auf, wofür du dankbar bist und hab den Mut, das mal mit deinem Papa zu teilen. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als, aber nächste Woche lesen wir auf jeden Fall Markus Kapitel 8. Viel Spaß dabei. Eine gesegnete Woche. Ciao.